Meine Schwester... Sei bitte lieb zu ihr, Kun. Ja. Dies ist Mamoru Rusodas neuestes Werk. Kun, ein verwöhnter kleiner Junge, muss feststellen, dass seine geliebten Eltern nur noch mit dem Baby Mirai beschäftigt sind. Menno! Ich kann Mirai nicht leiden! Doch plötzlich erscheint vor Kun... Der Bruderherz? ...seine jüngere Schwester Mirai aus der Zukunft. Hä? Wenn das so ist, bedeutet das, du hast dich selbst verloren. Unser Herz! Der Prinz? Ja, der Prinz dieses Hauses. Das war ich schon, als du noch gar nicht geboren warst. Hast du jetzt noch Angst? Nein, hab ich nicht! Sehen wir uns nie wieder? Vielen Dank, Bruderherz. Mirai! Mirai, das Mädchen aus der Zukunft. iri Magisteria 5 4 Femsteine 1 2 2 3